Und wir machen das Richtige, ich hoffe es doch. Es war eigentlich ein schönes Foto, dachte ich. Wir haben keine Zeit für diese Scheiße, komm mal, Max. Chloe! Jesus, Mann, was ist mit dir? Ich bin einfach glücklich, wir sind hier zusammen. Ich glaube, wir brauchen zu sprechen. Keine Worte, es ist alles gut. Ich bin glücklich, du bist mit mir, auch. Was ist passiert, Max? Wir müssen Nathan finden, jetzt! Sorry, Warren. Ich bin jetzt. Chloe, warte, hör' dich! Ich kann gehen und hör' dich, okay? Stop und hör' dich für einmal! Okay, Max. Ich hör' dich. Chloe, du kannst nicht in diese Party gehen. Du kannst... Du kannst du sterben, wenn du das machst. Du hast deine Macht, richtig? Und du hast mit Zeit und ich sterbe. Nicht so. Du musst mich aufbauen. So, da ist keine Chance, dass der Punk-ass-bisch Nathan Prescott mich aufbauen. Du bist richtig, er wird nicht. Mark Jefferson hat dich verletzt, und andere. Jefferson, die Art-Teacher? Das ist Buhl-Shit! Nathan ist der fucking Serial-Killer! Wir sehen uns die Begriffe! Jetzt, Entschuldigung, ich gehe zu dieser Party, um sich nicht zuhören, dass er niemals jemanden wiederhört. Du kommst? Nathan ist tot, und du bist in gefährlich. Das Buhl-Shit ist bereits tot, wie du das kennengelernt hast? Weil ich da war. Will du bitte erzähl mir genau was passiert? Bitte? Ich würde gerne die Polizei rufen, aber das gibt es hier ja irgendwie gerade nicht. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. Ich war in seiner Bunker. Du hast keine Ahnung, was ich durchgebracht habe, um hierher zu gehen. Aber ich konnte nicht, dass du dich sterben. Du bringst mich hier zurück, und ich kann dich wiederhören. Ich werde nicht. Max, ich... Ich bin so sorry. Ich bin derjenige, die dich in all diese Scheiße durchgebracht hat. Niemand, besonders du, solltest du durch das... Ich... Jetzt müssen wir aufhören, Jefferson. Mit einer Bunker. Nein, nicht so. Chloe, ich kann nicht immer alles fixieren, wenn alles ich mache, ist, dass ich es wiederholfen, um es wiederholfen und wiederholfen. Ich weiß, wie das ist, und ich bin Angst, dass ich alle diese Alternate Realitäten verhörter. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich vermasselt habe. Wir sagen jetzt mal nichts, wir reden uns raus. Nichts, ich meine, ich meine, wenn ich meine Rewind, ich kreue neue Zeit, neue Destinien, dann kann man nicht sicher sein, dass ich nichts verhörter. Das ist das, was ich werde, Jefferson ausführen. Das wird unsere Realität. Nein, nein, Chloe, hold on! Chloe! Man, sie einfach nicht hören. Ich hätte besser Rewind und tun. Okay, wir versuchen es also nochmal an der Stelle. Ich glaube, der Anfang war gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir müssen ihr dazu tatsächlich was sagen. Ich habe mich verhörter, Chloe. Ich wollte Dinge richtig machen, aber alles verhörtert. Max, was du denn sagen? Ich konnte zurück in Zeit zurück, bis zum letzten Tag, William war. Ich habe ihn verhörter, aber... Aber du hast in einer Fahrrad-Aberfläche stattgefunden. Du hast meinen Vater wieder gesehen? Du bist komplett verhörter. Und du hast in der Angst. Du hast in der Angst. Du hast langsam sterben. Und du hast... Du hast mich... Ich wollte... End dein Leben... Ich habe... Für dich... Ich... Ich wollte dich nicht in der Zeit, oder in der Zeit, oder in der Zeit. Ich... Ich konnte nicht aufbauen, dass du noch mehr Angst hast. Gott, Max... Das muss man... Das muss man... Das muss man awful für dich. Ich bin so sorry, ich hatte das zu fragen. Es war für dich. Aber ich hatte keine Ahnung, was würde passieren. Und, als usual, ich alles aufbauen musste. Und... Ich will niemals dich verraten. Ever. Du musst mir glauben. Natürlich. Natürlich. Du denkst, dass ich überhaupt nicht wissen, wie wir die Situation machen würden? Niemand würde. Die wichtigste Sache ist, dass wir wieder zusammen sind. Du bist richtig. Das ist... Das sollte man mit mir kommen. So können wir zusammenbleiben. Und... Ich verstehe, Max. Aber... Du denkst, dass wir die Jefferson mit der Torturie und Verlust sind? Natürlich nicht. Wenn wir uns sagen, dass er uns glaubt, und er kann tatsächlich ihn stoppen. Right? Ich verstehe das nicht. Warum vertraust du ihn, nachdem du ihn den letzten Tag verraten hast? Er ist noch nicht in unserem Haus mehr. Okay. Dann kann ich ihr das jetzt erzählen, auch. Chloe, David, hat mich von Jefferson gescheitert. Wenn er nicht in der dunklen Raum hätte, wäre ich jetzt tot. Max. Ich hatte keine Ahnung. Ich sollte dich schützen. Aber ich bin so dankbar, dass David da war. Was ist dein Plan? Wir erzählen ihm alles. Including, dass Victoria in danger ist. Okay. Du hast da so viel. Ich glaube, Max. Nachher bin ich noch dein Vertrauen. Ja, du bist. Also, in ein paar Minuten, ich werde nicht wissen, ob das alles passiert. Nichts. Wir müssen in deinem Raum bleiben und nichts machen. Und dann erklären wir alles zu David. Und wir lassen ihn endlich seinen Job machen. Du musst mir genau erzählen, was ich gemacht habe und gesagt habe. Nur erklären, dass ich durch die Zeit mit der Fotos durchgebracht habe. Glaubst du mich? Ich werde dich immer glauben, Chloe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ob wir es irgendwie besser machen. Es gefixt bekommen. Oh Gott, jetzt bin ich nicht da, um David zu warnen, oder? Ah, okay, sie kommt jetzt mit mehr Leuten an. Gut, 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 gut. Okay, wir blicken trotzdem ins Auge des Sturms. Oh, wir beide. Ich habe so viel gemacht, um dich zurückzubringen, Chloe. Es funktioniert. Es funktioniert. Du bist mit mir wieder. Es sieht, dass sogar die Tod nicht wir uns entfernen wollen. Und... Ich gehe durch verschiedene Realitäten, um... 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 Und... Ich hoffe, es war es. Aber... Ich habe dich nicht... für mich aus deinem Leben, nach all meinen Job. Oh, komm mal. Ich bin der offizielle Drama King und Queen von Arcania Bay, diese Woche. Schau mal, was meine Macht hat in einem kurzen Zeitpunkt gemacht. Ich bin niemand. Du bist Max-Fuckin-Kaulfield-Time-Warrior. Selbst wenn du nicht bist, du bist so nett und lieblich. Niemand kann einen besseren Best-Man. Niemand. Du hast nicht gesagt, dass das alles passieren, aber es war. Du musst akzeptieren, wie großartig du bist. Und vielleicht habe ich es selbst gewohnt. Ich wollte immer mein Leben sein, und ein besonderes Leben sein. Aber nicht ohne dich. Und es nicht passiert, wenn ich mich zurückgekommen bin. Also ohne dich, meine Macht überhaupt nicht existieren. Und für irgendwelche scientifische, mystische Gründe, die wir natürlich nie verstehen können. Wir waren zu sein, in diesem Moment genauer Moment in der Geschichte. Ich muss denken, dass Rachel etwas hinter den Szenen war, für die Freiheit. Ich mag das auch. Wir alle, Rachel, Amber. Jetzt erzähl mir alles, was passiert. Du, du weißt, nicht? Na, wir... Wir leften die Party, und haben wir sicher, dass Jefferson uns nicht gefunden hat. Für einmal bin ich glücklich, dass ich in einer realen Fortress lebte. Dann hat der Sturm getrennt, und du sagst, dass wir sicher sein würden, in der Licht ist. Chloe, schau mal! Der Sturm wird größer jetzt. Und es kommt näher. Ich kann gar nicht glauben, dass das real ist. Das passiert wegen mir. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf dich, okay? Wir haben beide schon bezahlt. Oh Gott, schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Das könnte sein, Rachel. Schau mal! Schau mal! Der Lichter ist weg von dem Tornado. Komm schon! Schau mal! Schau mal! Alfred Hitchcock hat die Film »Little Pieces of Time«« Ich bin zurück in der Klasse. Was ist das? Diese Pieces of Time können uns in unsere Glorie und unsere Sorge. Ich habe zu hören an diese Jefferson-Lekture wieder. Das könnte sein hell. Das könnte sein hell. Also... Es ist einzig, als ob sich das alles auflöst gerade. Okay, das ist irrsinnig creepy gerade. Okay, wenn du das liest, das bedeutet, dass du bist tot. Mr. Jefferson. Okay, das ist echt creepy. Vielleicht bin ich irgendwie total gestört und irgendwie psychopathisch. Okay, hier sind überall Sachen, die mit meiner Geschichte verbunden sind. Ich bin in irgendeiner ganz merkwürdigen Realität gerade. Okay, das ist echt creepy. Das ist fast wie so ein Horrorfilm gerade. Was? Da stand aber doch gerade noch Rachel. Chloe Price. Okay. Das ist wirklich, wirklich creepy gerade, aber sehr cool gemacht. Aber ich habe aktuell im Moment ein bisschen Schiss. Das ist ein Foto. Achso, Foto. Das stimmt wohl. Ich will gar nicht rausgehen. Ich habe Angst davor, was draußen ist. Oder bist du sicher dran. Nein. Ich habe dich Oh Gott, das macht mir echt Angst gerade. Oh, ich dachte, das wäre ironisch. Ich dachte, das wäre ironisch, das wollte ich gar nicht sagen. Okay. Okay, das ist wirklich, wirklich scary, Carter. Ist das Kate? Kate? Bin ich tot? Das ist so creepy. Ihr macht das echt, echt sehr gut gerade, Leute. Okay, wir müssen wohl in diesem Gang noch jemanden finden. Hier sind Schlüssel. 218. Ich bin immer so schreckhaft bei so Sachen. 218. Wo ist 218? 218. Das ist 219. Bathrooms. 218. Jetzt habe ich Rachels Sachen in. Und hier liegt ganz viel Zeug rum. Ganz viele Rachael Flyer. Okay. 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 So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Six months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Okay. So, wir hören gerade nochmal alles, was wir mit Rachel so hatten, mit Chloe. Oh, und jetzt sind wir Victoria. Ja, es wird dezent creepy. Was passiert denn, wenn wir jetzt noch ein paar Mal durchgehen? Okay, vielleicht müssen wir als Victoria hier noch irgendwas machen. Victoria suck. Skank. Don't chase rules. Ich habe voll Angst, immer Türen aufzumachen. Ich hasse das in Spielen. Okay. Vielleicht müssen wir immer, müssen wir in unser Zimmer gehen. Das ist die 221. Wo ist denn die 221? Wo ist denn die 221? So eine 22. 21. Und wir sind Mexikan. Und vielleicht müssen wir da jetzt in unser Zimmer gehen. Das ist die 219. Da ist ein Eichhörnchen vor dem Fenster. Das ist ein Eichhörnchen vor dem Fenster. Rieseneichhörnchen. Okay. Es wird immer merkwürdiger. Ist hier noch irgendwas draußen. Na, keine riesen Eichhörnchen vor dem Fenster. So Sachen könnt ihr mit mir nicht machen. Ich bin viel zu schreckhaft für so Spiele. Was habe ich jetzt gesagt? 219. Ich bin ein Eichhörnchen. Okay. Es geht weiter. Soll ich siebierfett's nochtags, ich... ... oder lieber den Club. Ah, das ist nicht eichbrotten, aber ich weiß, dass es nicht wiederholt wird. Ah, hier ist der Schiff wohl, so ist es nicht mehr... ... oder auch, der Schiff von der Schiff und der Schiff von der Schiff. ... und wir haben, ich bin echt sehr sicher. Ich bin der Weg, ich bin der Weg. Das war's für heute. Okay, die Zeit läuft jetzt gerade rückwärts und die Namen stehen auch rückwärts da, okay das ist schon wieder cool, wenigstens ein bisschen weniger gruselig Wir gehen mal ins Badezimmer Das Reh Okay, wir dürfen nicht von ihm gesehen, nein, dann nehme ich mal an, aber ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen Please understand, Max, the only place I can be my selfie is in the darkroom What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor Maybe I'll be safe in the lighthouse, maybe I'll wake up Ja, aufwachen wäre mal cool, ich komme hier aber nicht rüber Ah Ah Das scheint ihm überall zu sein gerade. Das sind die Bilder von mir. Ich kann immer noch zurück spulen. Oder so. Wenn ich in der PAD-Situation bin. Und dadurch, dass ich zumindest noch spulen kann. Hä, gibt es zwei? Was ist der Chef, was ist denn es gerade? Max! Ja, irgendwie schon, ne? Den gibt es zweimal, den Typ. Einmal vorne und einmal hier hinten. Und vielleicht noch ein drittes Mal, wenn ich Pech habe. Das bleibt creepy. Oh Gott, das sind die Bilder von Rachel. Okay, und... Okay, das ist Warren. Ach, ist das creepy. Ich mag Warren doch eigentlich. guck. Ich kann immer noch was. Geh, wäh, 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 wäh,區! Geh, wäh, 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 wäh. Und ich weiß nicht. Schalte mich. Schalte mich. Ich weiß nicht, Max. Das ist das nicht. Was ist das? Was ist das? Nicht zu weit zurückspulen. Sonst kommen wir in so eine Paz-Situation. Hier sind auch wieder ganz viele Mrs. Mr. Chavisons. Das ist eine Flasche. Wie viel laufen denn da rum mit ihrer Taschenlampe? Max. Sit down. You're taking a time out, no matter what. If this is my nightmare, let me have one sanctuary. Of course this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. But I can't hide for long. Whatever reality I'm in feels like a bad dream. Am I just not learning my lesson? Maybe your real lesson is to get out of this place. Just don't be afraid, Max. Let them be afraid of you. Okay, we have to do something to do with the light bulb. I heard Chloe smack talk you. It was brutal. But of course I see what she's talking about now. Hey Max, what the fuck ever you gonna do now that I'm dead? If you took some of my drugs, maybe you'd be a lot happier. Oh, when did I get out of this place? Ich hab keine Ahnung warum ich diese Flaschen einsammle, aber vielleicht brauch ich sie ja tatsächlich. Komm jetzt durch diese Bank endlich raus. Bitte, 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 bitte. Ich will weg hier. Ich bin der Schneekugel. Ich bin der Schneekugel. Ich kann nicht mal aufstehen. Und ich bin auch gar nicht im Raum gerade da vorne. Warum bin ich in der Schneekugel? Hey honey, just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a Mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grope for us to bring. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college, Bogd? Keys please. Das bin ich. Shit, where are those keys? Another dollar for this swear jar. You're bankrupting me. Ah ha. You can't hide from me forever. Nee. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Hey Max, grüßt du Chloe und Joyce von mir. Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. Oh, danke. Oh, ich habe hier noch ganz viele andere Sachen. Guten Abend, Junge Max. Der ist schön zu reden mit mir. Aber wie tust du es? Samuel hat kein Handy. Hey Max, Rage the Empire. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sehen uns bald. Sehr bald. Pompidou. Du Schlampe, leg dich nicht mit Funk an. Oder mit mir. Hast du ein Leckerli? Nathan. Max, dein Shooting mit Jefferson war der Hammer. Er hat dich total eingefangen. Wenn du willst, können wir zusammen kiffen. Max, wir haben ein Video, wie du Chloe eine Überdosis verabreichst. Es gibt kein Entkommen. Du kannst dich in keiner Realität verstecken. Unterschätze mich nicht verstanden. Okay, ich bin irgendwie psychisch krank, glaube ich. Ich bin irgendwie psychisch krank. 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 Du kannst dich in die Schule, wie du siehst. Untertitelung des ZDF, 2020